Und willkommen, meine lieben Freunde, ich bin euer Odo. Ich habe es nach Rumprobieren doch noch geschafft. Wir haben die Schatzkammer geöffnet. Yay, wir sind so großartig. Geld, Geld, Reichtum, Macht, Shining Scales, Carved Earns, Seingeldstücke, Collect All. Sachen, Tinte, und was ist das? Ein Masterwork, Nunjaku, und eine Wand of Magic Missiles, na bitte. Ich will es dem Tattoochen nicht geben, weil er rennt dann weg, und das gemeint zu uns. Wir sind safe in game. Hey, das ist ja cool. Das sind meine eigenen Dinge, meine eigenen Safe. Das ist nett. So, wir adden. Wir nennen das Mufasa. Links ist in Kamba, die haben wir nicht. Nein, du kannst es nicht verwenden. Du kannst es verwenden. Du kannst es auch verwenden. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das letzte Mal bin ich einfach nicht da rauf gegangen, sondern habe gleich die großen Türen aufgemacht. Und wenn man die großen Türen aufmacht, ist das zu Ende, diese Richtung. Oh, wir sind in dem Garten. Ah, ich weiß schon, wie ist das Dreh von dem Zwerg? Oh, ich weiß schon, wie ist das Dreh von dem Zwerg? Okay. Wir sind so lahm, das ist unfassbar. Die ist lustig. Ich glaube, die nehme ich immer in die Klappe. Ich bin der Klappe. Du bist so ein Klappe. Ich bin der Kader. Aber die Hütte und die Oasen sind, können die Klappe warten. Aber wenn du ein Abend möchtest, sagst du die Klappe. Ich bin der Kader. Aber die Hütte und die Oasen sind, können die Klappe warten. Aber wenn du ein Abend möchtest, sagst du die Klappe. Ja, 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 was auch immer. Ja, das ist Pernasens, so there are assassins on the prowl, we have to go. I think I saw some guards there. Join me there, if you wish. Help the room with both. You could miss ape's no more in here. I was getting safe, that could give you a fruit. Hurry. Grotus, I can sense your silhouette hovering over me. It won't be much longer. Soon we shall meet, oh lord of oblivion. But you're being a bit premature. Look at yourself. You barely, you've barely got a scratch. Tatoochert plus 9 of diplomacy. Not intimidated even for us. Wow. That's impossible. Oh. It, uh, it seems you might be right. Heh, 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 heh. It, uh, it seems I will live. I suppose I must postpone meeting my god. Not for long, I'm sure. But while we remain in this transient world, Aaron is at your service. Ha, we have already another type. So. Die ist da rüber zu dem Tor. Wir können aber auch da rein. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir uns jetzt mal da rein. Kann das sein? Weil irgendwie ist ja das Mädel da rauf gelaufen. Vielleicht habe ich sie deswegen noch nicht mehr gesehen, weil sie da rauf ist und dann gestorben ist. Vielleicht sollten wir nach. Oh, da ist nicht jemand. Da sind die Gäste. Da sind die Gäste. Und da ist das Kasten Gäste. Was, da ist sie schon ab. Vorwärts! Nein, nachwärts, nachwärts! Wer bist denn du? Kasten, Haus Gares. A Futter in the service of Swordlord Jomondi Aldori. Right now I'm in charge of the Mansion Guards. As you can see, there's a lot to do. Yep. If I were a rich and influential lady like Jomondi, I'd also give myself a manly captain of the Guard. Or two. Sie ist wie düstig. You'll have to run through the fire. We've almost put it out at the entrance, so your main concern should be do not inhale any smoke. Hold your breath and take the first right, then head straight down the hallway. Someone opened the gate. Let in a group of assassins in the middle of the night. Now they've set the mansion on fire to cut off access to the hall. They don't want Lady Jomondi to give reinforcements. We cleared the passage so you can get through. Just try to avoid inhaling the smoke. We'll be right behind you. Oh, why should I do not breathe? We should put out the fire first to save the mansion. So... I'm not surprised that the whole pack of assassins were unleashed on her, including a giant. But what's at stake? What could anyone hope to gain? So... Okay. Na dann. Go through the fire. Dann machen wir das doch glatt. Oh Gott. Echt jetzt? So haben wir das letzte Mal auch gemacht, ich bin mir nicht sicher. Na gut, ja für all die Leute, die nicht kennen das Spiel, da drüben schaut mir keiner mehr zu. Das heißt für die Youtube Leute, die das sehen, einige Sequenzen im Abenteuer werden mit solchen Buchsequenzen gemacht, das heißt man muss nicht irgendwie kämpfen oder sonst irgendwas, sondern man kann sich dann dazu entscheiden. Drench ourselves with buckets of water, tried to file our noses and mouths before we rushed inside. Was a good thing, we hadn't wasted any time. After entering the building and taking just a few steps, hat er gesagt, wir sollen nur nichts einatmen. Going back, if we'd come in a little later, the flaming logs and red hot bricks would have fallen right on our heads. Regardless, we were left with only one way to go. The hot air burned our lungs and our eyes watered from the smoke, but Mufasa and a stubbornly threw the flames while Tatuccio did nothing useful at all. We made it to the hallway leading to the banquet hall when we heard someone calling for us. It was Valerie, one of the guards. I chatted with her a bit in the banquet hall. Even then, in the calm setting, I'd been stunned by her beauty. But now, amid the smoke and flame, she looked like a celestial avenger. Our deity, bla 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 bla. Menacing bla 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 bla. They are wounded. Help me pull them out. Tatuccio grumbled something about how Jamandi was waiting for us. Meanwhile, Mufasa rushed to save the guards from the fire, shouted to Valerie that she should leave them and join us to help command the Eldori. Ooh. Hm. Gute Frage. Naja, das ist auf jeden Fall das, was besser funktioniert. Fail the Diplomacy Check. Echt jetzt? A supermarkt. Now she had to choose one or the other burning houses. No place to for argument. While Mufasa tried to convince the beautiful guard to join our team, we all inhaled a lot of smoke and received several rather painful burns. But in the end Valerie agreed and a small team bravely made our way to the dome of the bank at all. Ich jetzt? Ach so, wenn wir zu lange gebraucht haben, gell? Sehr gut, er braucht schon Wache. Wir haben ja eine Wache gerettet. Thank you Valerie, I owe you my life, ja was auch immer. Vielleicht sollten wir uns an was stellen. So wird das. So, du bist Fernkämpfer, du bist ein Fernkämpfer, du bist der absolute Super Tank. 9,2,7 und du bist da. So passt. So, da ist ne Tür, wir lassen uns weitergehen. Ja, nehmen alles mit. Kann man alles brauchen. Das sind aber ganz schön viele Typen. Reinforcements are already on the way. Say your prayers, come. Oh, sehr was. Dieser brutal. Was, wir sind fatigued. Ich bin 4 Stunden 58. Dann lobe ich mir doch die Jettel. Die kann das nicht, der kann das nicht passieren. Aber ich glaube, wenn wir da drinnen warten müssen, gell? So, na gut. Du fängst mal an zum singen. Du machst mal sowas. Du machst das auf den Typen. Du machst das auf dich? Hast du das gecheckt, dass du das auf dich zerren sollst? Ah ja, hat sie. Mist. Du gehst bitte da her. Genau. So. So. Lincey. Der ist. Ich bin. Ich bin. Du scherzt. Der muss mich nicht fahren, wie ich mich hatte. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Das ist So ein Tor und jetzt ist das ein 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 Oh, gut. Nichts Geht 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 Ja, das war's. Ja, das war's. So, du... Gehst du nicht da her? Au, Kritik schiebt. Was soll das? So, und dann machst du das hier. Du trinkst das Shield of Faith. Du machst schon was? Was ist das? Ist das Slow? Nein, Expeditious Retreat. Ich dachte, wir zocken, oh Gott. Weißt du was? Hab ich gern. Ich hätte nicht Madman Stimme nehmen sollen. Okay, ich glaube wir haben den Kampf ziemlich gut unter Kontrolle. Oh, das ist ja. Wow, ich bin jetzt auf der Fall. Ok, ich weiß nicht was ich. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Du hast offensichtlich den Riesen besiegt. Priest, we are still. We made it. It's funky kick. Wie heißt it's funky kick? Okay. Jamandy, was hast du zu sagen? Zu deiner Verträgung. Warum? Wir sind dann. Ja, ja. Okay. Lady Aldori, please, I know who arranged this attack. The vile king of Pitax, Iroveti. What's more, I know who among us works for him. Hey, you! Show everyone the ring you're wearing. You think I wouldn't recognize Iroveti's heel? That's why she wasn't killed. The bandit's recognized her as one of their own by this signature ring. We could have an attack liar. We could have an attack liar. The ring with persuasion. Damit wir solche Checks auch irgendwie eine Chance haben. Na gut. We could have an attack liar. Ah. Oh, pfff. Versuchen wir uns dem Diplomacy Check. Ja, 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 ja. Aber diese Beweise ist circumstantial. Es gibt definitiv einen Spiegel. Aber wer? Alles ich habe ist ein Wort gegen andere. Ich bin Angst, dass ihr beide unter Bezug aufs Wunsch. Sie beide kamen zu deinem Hilfe, Frau Jermande. Aber ein legeres König weiß keine Wunsch. Ich habe nie diese beiden oder ihre Beine gesehen. Für alles, was ich weiß, sie sind alle Spiegel. Ich jetzt... Wie kannst du das sagen? Wir kämpften zusammen. Wir fuhren zusammen. Wir fuhren durch ein Feuer zusammen. Und dann wirst du in die Luft geflogen. Nachdem du gesagt hast, dass du wirst. Meine Worte sind vielleicht rasch. Ich will die mitnehmen. Ich bin ein Krook, auf der anderen Seite. Er hat die Augen von einem Spiegel. Und die Augen von einem Spiegel. Frau Aldori, nicht zu diesem grossartigen Barbarian. Sie weiß nicht, was sie spricht. Nachdem der Krieg, unsere Leiter zeigte sie ihre wahrsten Worte. Sie hat uns gebrochen in die Armour und robben. Oho. Forgive me for my trespass. In my defense, we were in the middle of a battle and in dire need of weapons. Okay. Okay. We're in the middle of a battle. Considering the circumstances. That was more than reasonable. Haha. Take this. That was a sound decision. Sometimes one must act at one's own risk and peril. Until crossing the boundaries of what is allowed. Showing initiative is no crime. Hmm. It is insane when faced with death. To stop and question whether you may be breaking some law or rule. Even more insane would be to ask forgiveness for making the right decision. Sorry, but your words display a lack of wisdom. Tja. Echt jetzt? But I'm going to need you. I need a healer. But we'll get a cool healer later. Okay. And this? So the scoundrels set your mansion on fire. And as we were approaching the room, we saw your brave guards, your underlings, dying in the fire, begging to be saved. And what did our leader do? She passed right on by. Mercilessly leaving them to their faiths. Simply heartless. Ha. Mutual evil. Na ja. Wir nehmen natürlich immer die Entscheidung, die am nächsten unserem Dings ist. Das könnte schwierig werden. Das könnte schwierig werden. Leaving them to die, but you mere minutes. Believe me, I would have held on until your arrival. Ja, ja. Von wegen. Das war perfekt rechtfertig. Just the way a leader should think. Ha. Wir werden die Jaffel mitnehmen. Äh, die Party splittet jetzt in mehrere Gruppen. Und einige, einige sind auf meiner Seite und einige auf Tuchio's Seite. Das letzte Mal habe ich die Jaffel nicht mitgenommen, aber die ist auch neutral evil. Äh, die Valerie wird wahrscheinlich auch eher mit mir mitkommen. Weil die ist, ähm, lawful neutral. Das heißt, die zwei sind sehr nah an meiner, ähm, alignment. Äh, der Dings ist natürlich nicht der Zwerg, weil der ist chaotic gut, oder chaotic neutral, glaube ich. Chaotik geht gar nicht. Und die Lindsay sollte eigentlich auch nicht wirklich mit mir mitkommen. Die ist nämlich chaotic gut. Die ist genau das Gegenteil von dem, was ich finde. Wie könnte sie sagen, so ein monstreses Ding? Ist das so, wie der Hero von meinem Buch sprechen würde? Und du klingt mehr wie ein Villain. Ha. Manchmal sind die Villains die guten. Enough squabbling! Ich bin noch nicht sicher, welcher von euch ich vertrauen kann. Aber, der Risiko der Entrust die ganze Sache zu einem Spie, ist zu groß. Hier ist das, was wir tun. Zwei Teams werden. Insofern, ich weiß, dass zumindest ein Grupp kann sein, um meine Interessen in den Stolen Landschaften zu sein. Ja, ja. Frau Aldori, die meisten von den Stolen Landschaften zu verlassen haben, wurden getötet. Die, die noch leben werden, brauchen Hilfe. Bitte, dass ich mich mit dem Expeditionen zu verlassen habe. Ich bin froh, um zu verlieren, zu verlieren. Aber du bist richtig, Valerie. Sie haben größer Neid für dich jetzt. Geh, und die Abadar behalten Sie. Welche von den zwei Teams würden Sie wünschen Sie? Wenn meine Leaderen zu verlassen, dann würde ich mit ihr Team sein. Sie sehen, eine Wörter Commander in meine Augen. Sie sehen, eine Wörter Commander in meine Augen. Kommandanten? Militär-Leaders? All diese Regeln und Regeln sind nur Schmuck und Vanity. Ich denke, ich werde Tartuccio unterstützen. Ich mag, wie unser Leader Dinge macht. Efficient, und ohne unnässezteren spirituellen Ammonisierung. Ich werde mit ihr gehen. Efficient? Ich würde sagen, hartlos? Würde der Protagonist meines Buches so etwas tun? Nein. Ich denke, ich würde besser mit Tartuccio gehen. Ja. Obwohl du ihn nicht magst. Ich würde für die besser. Kann man sie auch mitnehmen, irgendwie? Das letzte Mal, dass sie auch nicht mitgehen haben. Aber wer weiß. Der Weg kann mich zu den Stolen Land bringen. Aber nicht noch. Okay, vielleicht wird sie später noch. Ich muss nicht mehr denken. Ich komme mit dieser Frau. Wie für dich, Purple Toad. Warte, bis wir uns über den Weg treffen. Ich werde sicher sein, dass du dich reinkriegst. Bei Gott. Okay, wir haben zwei Team. Um den unnässezteren Konflikt auf der Weg zu erinnern, der garrison Commandant will provide him all the help he needs. Das liegt da zu Tartuccio's Team sein. Du, wir nehmen deine Team zu Oleg Leviton's Trading Post. Er hat sich über die Stag Lord's Bandits für eine Zeit. Blablablablablablablablablablablablabla. Da, du wird mit all den notwendigen Reise-Supplies gegeben. Camping Supplies und Rations x 4. Signed Scroll of Ray's Dad. Okay, das ist nett. Ich würde dich glauben, aber ich weiß nicht, wie überzeugend Traitor und Spie sind. Wenn du wirklich innozentig bist, dann hoffe ich, dass du mir diese Prekausung entschuldigen kannst. Während du weg bist, Keston wird die Nachts-Evente und lernen, wer in Restog für Patox arbeitet. Aber du solltest wissen, dass es nicht nur Patox ist, die wir uns über zu beschäftigen. Das Royal House of Sertoma kann auch interferieren in deinen Planen. Ich habe versucht, diese Affäre ein Geheimnis von ihnen so weit zu halten. Aber das kann nicht lange dauern. Bei meinen Bewertungen haben sie nicht mehr als drei Monate. Nachdem, welche Fälle, die ihr erreicht habt, werden Punkte. Wie lange haben wir Zeit? Ach, was ist das? Wir werden es schon schaffen. Und jetzt, sehr gut. Diese Krieg war nur das erste Ordeel in deinem Patox. Und du überkommst ihn als wahrer Champion von Restog. Lass die Obstagen, die folgen, auch fallen zu deinen Fuß. Beide nichts, meine Freunde. Und zurück, victorious! Nein, ich habe niemanden mehr plündern können. Ach, wir hätten plündern sollen, bevor wir sie mit ihr sprechen. Das war ziemlich dumm von uns. So, das heißt, wir haben das Prelude mehr oder weniger hinter uns. Ein zweiter Teil vom Prelude gibt es jetzt auch. Go to the Trading Coast. Zurück zu einer schrecklichen Nacht. Unsere kleine Team hat sich um unsere Feuze zu retten. Bewege dich, Stolen Lands. Die Heroin sind auf der Weg. Wie kann die meine Geschichte erzählen? Die ist nicht einmal in meinem Team. Okay. Der ist jemand auf der Weg. Hey. Hu, hu, hu. Wir haben uns so, wie ein Kanto. Du sollst sein. Hu, hu. Da sind... ...viecher. Sonst noch irgendwer. Okay. Du... ...machst... ...den hier. Du nicht falter! Okay, du machst das. Du machst das. Du machst das. Oh, du bist schon in der Rage. Das ist ja nett. Wir haben nur Nahkämpfer. Okay. Okay. Was ist das? Gut. Du kriegst... ...den einen oder anderen Trank. Machen wir das so. Okay. Du kannst das nicht ... ...dass du immer noch gut aus. Okay. Okay, du kannst das nicht. Du kannst das nicht schwarzen. Okay. ...warte. Ich hoffe, dass du das nicht gingen. Der ist noch nicht gut. Die ist noch nicht gut. Der ist noch ein MT1 zu verhindern. Versuchen wir das zu skinnen, yay! In Olex Trading Post bleiben wir dann stehen, speichern ab und machen Schluss für heute. Okay? Komm schon mit Amiri. Ich bin Hunger. Wann stoppen wir? Ich weiß mir nichts. Ah, jetzt. Aha. Boah. So. Wie schon gesagt, von hier stoppen wir. Das heißt, wir drehen jetzt mal auf. Okay. Gute Nacht meine Herrschaften. Schlafen und traut was schönes. Ich werde auf jeden Fall gut schlafen. Hoffentlich. Wir sehen uns bald wieder. So. 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 So.